heute mit einem weiteren video zu unserer road to 1000 subscribers und heute wie bereits angekündigt ein weiteres dn turnier und zwar gesponsert von yugio kart market unserem sponsor hat ein bisschen geld in den preispool gelegt und die werden mit einem dn turnier an euch verteilt für alle def pro fans keine angst es wird auch bald ein def pro turnier kommt aber dieses turnier hier hat immer noch auf dn oder wieder auf dn da rechts könnt ihr schon mal die infos regeln und sowas lesen das turnier wird am 7 juni also in zehn tagen bzw 9 weiß morgen erst hochstellen werde stattfinden wieder um zwölf uhr ich werde wieder davor online sein könnte mir wieder bescheid geben den namen kit rennen dann können wir wieder schauen wir alles da ist und wer nicht kommt damit später dann um 12 weniger hektisch wird gespielt wird wieder im format tcg und zur aktuelle band list april 2015 wieder im ko system diesmal keine teilnehmer anzahl begrenzung einfach wer sich alles anmeldet weil es taucht eh nicht jeder auf und sowas dann kriegen manche zu viele freilose und sowas und ich denke selbst ohne begrenzung werden wir jetzt nicht irgendwie auf 200 oder sowas landen also dann immer noch ungefähr bei 64 wahrscheinlich bleiben eigentlich dieselben regeln wie beim letzten dn turnier also regeln werden unten noch mal in der beschreibung stehen falls da nicht alles steht checkt noch mal das letzte video da müsste noch mehr drauf stehen ich hatte dieses mal kein bock so viel zu schreiben ansonsten fragen könnt ihr auch in die kommentare schreiben standard gewinner macht ein screenshot vom sieg pairings wird wieder auf dieser challenge seite sein link wird auch in der beschreibung sein ansonsten kommen wir zu den preisen erster platz kriegt 30 euro als cooper für yugioh card market also sozusagen einfach gut haben also einen code kriegt man dann den könnt ihr einlösen und dann kriegt ihr gut haben auf euer konto dem könnt ihr dann einkaufen zweiter platz 20 euro dritter platz 10 dann verlosen wir noch zwei mal 10 euro als trostpreis unter allen teilnehmern also auf jeden fall top preise wie immer auf jeden fall hier ein dankeschön und schaut dort an yugioh card market kennt eh wahrscheinlich jeder und macht euch dort einen account falls ihr noch keinen habt falls ihr noch keinen habt jetzt habt ihr den grund dafür euch einen zu machen wegen den top preisen des turniers hier natürlich müsst ihr da alt genug sein also keine vollen tricks hier falls ihr noch zu jung seid ansonsten checkt unsere seite ab facebook und sowas würde uns freuen vor allem weil wir so krasse turniere für euch veranstalten einfach bisschen support zeigen vor allem weil so ein paar andere spaßten ich will keine namen jetzt neue dabei sind relativ gut und die spam eigentlich nur ihre scheiße herum auf facebook und so und sammeln halt views klicks und likes einfach durch gar nichts tun außer rum gespame das langweilt mich halt vor allem weil wir halt so klasse sind und richtig klasse sachen machen klasse videos und sogar weniger likes bekommen als diese spamer deswegen wird es mich echt freuen wenn ihr einfach mal vorbeischaut ein like da lasst und sowas damit ich nicht ganz die hoffnung verlieren der menschheit apropos like da lassen also das turnier ist ganz klar nur für abonnenten und ihr müsst das video liken ansonsten wünsche ich euch viel spaß bei dem turnier und wir sehen uns am 7 juni um 12 uhr wieder checkt unseren sponsern ab und ciao und